Das wichtigste Ziel ist für mich jetzt eine seriöse und stabile Regierungsbildung zu machen. Seriös und stabil, das heißt jetzt nicht, ob eine Partei mehr Abgeordneten hat. Stabilität ergibt sich aus dem inneren Geist heraus. Man sieht ja an Berlin, dass eine Regierung, die zwar über formal eine große Mehrheit verfügt, wenn der innerlich gemeinsame Geist noch nicht so ausgeprägt ist, dann ist selbst eine große Mehrheit der Parlamentarier trägt noch nicht so leicht. Deswegen ist es wichtig, dass der gemeinsame Geist erkennbar ist. Und da haben die Freien Wähler sich gestern auch, was Inhalte betrifft, glaube ich, sehr vielen Punkten, die sich gemeinsam darstellen lassen. Und die Grünen sind inhaltlich weit entfernt. Und ich habe gestern auch zu keinem Zeitpunkt erkennen können, dass die Grünen von ihrem Programm, der sie nun ziemlich total entfernt ist von dem, was die CSU will, und auch ein Großteil unserer bürgerlichen Wähler, dass sie da was ändern.